Halli, hallo und das V ist wieder am Start, alles klar eingepackt, wieder mit einem neuen Video. Ja, heute spielen wir wieder mal eine Runde Minecraft, äh, das heißt ja, die Traumwohnung, so eine Traumstadt. Und ja, jetzt bin ich wieder in der Welt, bevor ich das angestellt bin, und dann, also, sehen wir uns gleich wieder, bis gleich. Da bin ich auch wieder, und ja. Traumstadt wird zurzeit, also, unser Grundstück, das ist noch nicht fertig, weil, also, das ist ja das Haus. Also, ich habe ja nur Traumwohnung gesagt, aber jetzt müssen wir noch das Grundstück fertig machen. Aber was ich noch nicht vergessen habe, und das heißt übrigens, heute im Grundstück Traumstadt. So, jetzt müssen wir jetzt erstmal hier so ein, ach, jetzt machen wir auch. So, dann hat er, ja. Dann kommt nämlich hier so. Und ja, während wir jetzt hier einen Zaun rum bauen, also ein Kumpel, das habe ich schon in den Aufnutzungsvideos vom Bilderrätselvideos gesagt, da haben wir nämlich, also da habe ich ja auch mit, also da hat er mich gefragt, wir haben so gesprochen, ja, ob ich mit ihm zusammen einen Kanal mache, ich habe denen ja geantwortet, und ja, und das, wollte ich dann noch gucken, wie ich das unter anderem gut bringe. Und... Und... Also, das ist immer noch, äh, wir spielen immer noch in der selben Welt, aber das wird... in den Traumstadt heißen. Und ja, da... Weil ich wollte noch heute mit dem Kumpel, äh, so ein Handy stattfinden, weil ich weiß ja nicht, was Videos wir doch in diesen Kanal reinstellen, weil... Weil, weil, ja, ich und Tom, also, also ich und der Kumpel, also ich und der Kollege machen, dann praktisch hier so ein Video. So ein, also ich mache dann praktisch noch ein Video dazu. Also, lasst euch mal überraschen, am besten, wenn es gut ist. So ein, also... So ein, also... So ein, also... So ein, also... Da, ich meine... So ein, also, das... So ein, also das mal eines Spiel... So ein, also... So ein, das... Ich werde dazu noch jeglich mehr Details rausbringen, wenn ich mehr weiß darüber, weil wir die darüber noch schreiben und dann werden wir weitersehen. Was tut ihr da? Was tut ihr da? Was tut ihr da? Was tut ihr da? Nein! 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 Ich werde auch mal gar nicht mehr fragen, ob der Bock hat, mal zu zocken. Irgendes Spiel, was man zusammensetzen kann, z.B. Wurplocks oder so. Weil dazu muss ich heute noch eine Video machen. Also seid gespannt! Aber Wurplocks Video ist nochmals kürzer, also so eine Minute ungefähr. Weil ich hatte langsam nicht Spaß. ... ... Das war's für heute. Die Tiefe geht es leider nicht, aber das ist auch egal. Und übrigens jede zweite Reihe, also die erste, die zweite, da kommt Quarz rein. Ganz nachts, wenn man mal eine Runde Schwung gehen will, dann hat man Licht. Aber es ist noch ein ernsteres Thema und zwar... Ich denke manchmal in der Schule mit, dass über mich ein paar Behauptungen gemacht werden, die gar nicht spielen. Ich möchte darüber nicht reden, deswegen lasse ich das... Warum höre ich das eigentlich angesprochen, wenn ich darüber nicht reden soll. Also wie wir es nur noch mal gesagt haben und diejenige Person, die vielleicht eventuell dem Kanal zusieht... Ja, das ist ein Bug. Warte, ich kenn mich alle natürlich nicht mit. Entschuldigung, ich spreng nicht den Punkt, aber warte. Okay, mach, 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 mach. Ey, wir haben uns nicht erwähnt, oder? Guck dir das an, Alter, was tut ihr denn da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie läuft das? Was ist 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 das? Ja... So, jetzt zieh ich mir gleich ran. Ich werde ihn gleich auch nochmal anschreiben, das ist bei Lukasme 3 HD, ich will mit denen noch sogar aufnehmen mal ne Runde. Also die sind mir auf einer Schule und die gleich auch. Das kann nämlich so ein kleiner Pool werden, hier mache ich hier vielleicht noch einen kleinen Garten hin, also mit Blumen und so ein Zeug. Machen wir kurz Pause, dann muss ich wieder bis klein, obwohl ich muss die Folge leider schon beenden. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, schau, schau, ORV.